Hallo, willkommen bei BehindertBarrierefrei.de. Wir sind in Stuttgart, Sanitätshaus Carstens. Hallo Simon. Hallo Olli. Hallo Willi. Hallo Guido. Olli, grüß dich. Willi, hallo. Großes Thema, Simon, war Sitzen, Positionieren, Sitzkissen. Ganz großes Thema. Die wichtigste Schnittstelle für Rollstuhlfahrer. Und heute freue ich mich riesig, mit euch zusammen hier ein Produkt vorzustellen. Hier geht es ums Sitzen. Wir können den Druck messen und genau den Schwachpunkt von einem Hinterteil in Sekunden schneller erfassen. Und jetzt nämlich in Zukunft gegenwirken, gegen Wund sitzen. Und das muss ich mir heute erklären. Ja, wir haben uns für das Body-Track-System entschieden, um einfach auch unsere Arbeit zu kontrollieren. Und auch einfach unsere Theorie, die wir haben, durch unsere Erfahrung noch zu kontrollieren. Um auch nachher das bestmögliche Sitzkissen für den Endnutzer auszusuchen. Ja, das ist ein großes Thema. Wir können in Sekunden schneller den Schwachpunkt rauskriegen. Aber hier im Haus auch sofort das richtige Sitzkissen dazu aufbauen. Erklären wir mal, wie das geht. Jetzt sieht man, okay, hier ist mein Schwachpunkt. Gut, grundsätzlich kann ich ja erstmal verschiedene Produkte testen. Ob ich da dann natürlich ein besseres Ergebnis erziele, ja. Oder natürlich nachher auch erstmal noch schauen, was kann ich am Rollstuhl verändern, dass ich da bessere Ergebnisse erziele. Und wenn das alles nicht bringt, natürlich dann auf eine Maßanfertigung umswitchen. Das heißt also nicht nur, wie ich jetzt vom Hinterteil, vom Druckpunkt mich belaste, sondern überhaupt das komplette Thema Sitzen positionieren. Ist hier ein großes Thema, Guido? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eigentlich das zentrale Thema, weil wir können ja alle die Physik nicht überlisten. Das heißt, wenn ich eine Druckverteilung erreichen möchte, funktioniert das eigentlich nur, wenn ich möglichst viel Fläche habe für den vorhandenen Hintern. Und den muss ich möglichst gut verteilen können. Und das ist eigentlich das zentrale Thema dabei, dass man halt zusieht, dass man den Druck gleichmäßig verteilt, dass man eine homogene Verteilung hat und nicht irgendwo auf einmal Druckspitzen hat. Jetzt kann man noch so viel Erfahrung haben. Man glaubt immer zu wissen, läuft alles, aber wie willst du denn zwischen Sitzkissen und Hintern gucken? Das kannst du nicht. Und jetzt, ich bin auch ganz, ganz froh, dass die Kollegen vom Sanitätshaus Carstens das umgesetzt haben, die Bereitschaft zu sagen, ich möchte wissen, ob das, was ich mache, wirklich richtig ist. Das in Frage zu stellen, das finde ich grandios. Und so kann man es halt einfach machen. Ich finde es grandios deshalb, weil ich spüre ja, wo meine Problemzone ist. Und viele berichten mir jetzt, wo einen hohen Querschnitt haben alle. Ich spüre es erst dann, wenn es zu spät ist. Und jetzt sagt der Doktor, hier haben wir operiert, hier ist die Problemzone, dann ist es zu spät. Und hier ist ja wirklich das Geniale, wir sehen es vorher exakt und können wirklich, sage ich mal, schon im Vorfeld das Ganze abwenden. Das wäre eigentlich so unsere gemeinsame Wunschvorstellung, dass eigentlich jeder die Chance hat, vorher zu sehen, okay, das ist eigentlich genau das Kissen, was für meinen Hintern das Richtige ist. Und im allerbesten Fall müsste das als Qualitätsgrundlage dienen, damit die Kostenträger auch wissen, dass die Fachhändler da draußen einen guten Job machen. Das ist eigentlich das zentrale Thema für uns. Absolut. Ich will nicht wissen, was so eine OP kostet. Oder wenn jetzt einer wochenlang ausfällt, davon mal abgesehen. Das heißt, das macht richtig Sinn. Was kostet das jetzt an Zeitaufwand ungefähr, wenn man zu euch kommt und sich hier vermessen lässt? Sag mal. Also ich denke, man sollte schon so eine Stunde, zwei Stunden mal einplanen. Einfach auch vom Aufwand her, wie schnell man auch ans Ziel kommt. Und wir sehen ja jetzt hier eine Matte, aber wir haben uns auch zwei Matten zugelegt, damit man das ganze Thema dann auch im Rücken gleichzeitig auch noch messen kann. Und vor allem, viele denken, es ist erstmal eine statische Geschichte, aber wir könnten die Druckmessung ja auch weitermachen und sogar noch in der Bewegung nachher durchführen. Und insofern also realistisch sind bestimmt zwei Stunden. Das Oberscharfe ist ja auch, du hockst jetzt hier in dem Rollstuhl drin. Das ist ein ganz besonderer Rollstuhl. Den habe ich nur hier bei euch gesehen. Der Rollstuhl, der ist nicht nur für Sitzen, vom Sitzkissen her geeignet, so etwas festzustellen. Ich habe hier tausend Möglichkeiten, vom Radstand, Höhe, Neigung. Ich kann alles in Sekunden, Schnelle anpassen, so wie der Rollstuhlfahrer später wirklich sitzt in seinem Rollstuhl. Genau, ich kann hier halt schon mal gut simulieren, wo die Reise hingehen könnte. Vor allem, wenn einer nicht wirklich sicher ist, ist das mal eine richtige Einstellung, dann kann man hier mit dem Stuhl schon mit einfachen Handgriffen sagen, guck mal, wir machen das jetzt mal so, probier es doch mal aus, kommst du damit zurecht? Ja, wenn nicht, ist es einfach wieder zurückgesteckt. Kann ich das auch, diese Matte, Schatoll, die ist so flexibel, die kann ich ja auf jeden vorhandenen Rollstuhl, also wenn der Kunde seinen Rollstuhl auch mitbringt, kann ich das natürlich auch da sofort ausprobieren. Wo ist der Schwachpunkt bei seinem Rollstuhl? Richtig, genau. Und das ist eigentlich, da haben wir uns im Vorfeld darüber unterhalten, wenn also ein Kunde sagt, Mensch Simon, ich habe da so ein komisches Gefühl, können wir nicht mal eben, dann kann man halt auch nach Terminabsprache mal eben gucken. Dann kurz dran schläpseln, Tablet sehen und dann, ja ist klar, dass du nicht gut sitzt, guck mal da und da, es sind ein paar Druckspitzen. Das geht dann sehr, sehr schnell. Das andere, was Simon gerade besprochen hat, das war ja wirklich, wenn eine komplette Versorgung kreiert wird, dann musst du wirklich ins Detail gehen. Aber der beste Spruch war gerade von Simon tatsächlich dieses, manchmal liegt es auch an der Einstellung des Rollstuhls. Man muss nicht immer direkt mit Kanonen auf Spatzen schießen, manchmal sind es die Kleinigkeiten. Also das heißt, ob neu versorgt oder schon jemand versorgt ist, sitzen, positionieren wird ab sofort leichter, besser, kann hier stattfinden. Muss man wirklich so sagen, ich kann ja meinen vorhandenen Rollstuhl weiter behalten. Oft ist es nur wirklich, ich sitze falsch, ich sitze schlecht, er ist falsch eingestellt und kann damit in Zukunft wahnsinnig viel vorwirken. Korrekt, das ist eigentlich das Ziel, was wir damit verfolgen. Und schneller geht es, glaube ich, nicht. Also wir können es mit dem Tablet machen, wir können es hochprofessionell, wie die Kollegen von Carstens das machen, halt mit einer wirklich PC-Version machen, da geht es dann aber echt ins Detail. Oder aber, wenn es mal einfach ganz schnell gehen muss, auf dem Android-Handy mal kurz, zack, Screenshot, fertig. Und das kann ich auch meiner Krankenkasse dann zeigen. Okay, dann eine große Frage, das ist so flexibel. Ihr fahrt ja auch zu Kunden, das könnt ihr theoretisch mitnehmen, Simon. Ja, natürlich, braucht man so gar nicht viel. Nein, wir sind gut ausgestattet und wir kommen natürlich auch gerne mal vor Ort, um das auszuprobieren. Oder wenn jemand gerade in der Klinik ist und sowieso auch eine Neuversorgung anstrebt usw., dann kann man das auch mit einfließen lassen. Also das ist auch wichtig für die Leute draußen, wenn sie sagen, sie kriegen sowieso einen neuen Rollstuhl, ihr kommt sowieso vor Ort, dann sagen die einfach zu euch, Mensch, bringt das bitte mit, das interessiert mich, das Thema. Weil das ist wirklich langfristig, denke ich, die richtige Lösung. Dann noch eine kurze Frage hier an dich, Guido. Wir haben vor kurzem der Icon vorgestellt, der erste Rollstuhl mit einem richtigen zentralen Federbein, wie die Welt noch nicht gesehen hat. Spielt das dann da überhaupt eine Rolle? Braucht man dann überhaupt das noch, wenn wir jetzt einen sehr, sehr gut gefederten Rollstuhl hätten? Ich denke, trotzdem, oder? Also ohne Zögern, ja. Ja, also definitiv Sitzen und Positionieren ist komplett entkoppelt, erst mal, ob das ein gefederter Rollstuhl ist oder nicht. Also gerne ich jetzt mein Icon verkaufen würde, aber darum geht es tatsächlich nicht. Das Sitzen und Positionieren ist vollkommen entkoppelt von der Art des Rollstuhls. Das Einzige, was wir halt gesagt haben, ist, dass dieses zentrale Federbein, die Tatsache, dass wir Vibrationen wegnehmen wollen, die Tatsache, dass wir Schläge wegnehmen wollen, das ist für uns ein wichtiges Thema, weil das hat einen riesen Rattenschwanz hinter sich noch. Das zeigt auch hier bei den Kollegen, die jetzt beispielsweise dieses Dämpfer-Element für die Räder herstellen, dass die Richtung die gleiche ist. Es geht darum, um Schläge zu absolvieren, aber die Position, die findest du nur raus mit viel Fachverstand und halt, wenn du in der Lage bist, dich selber in Frage zu stellen, noch mit einem technischen Hilfsmittel, was dein Fachverstand nochmals untermauert. Das ist eigentlich das perfekte Paketchen. Also ich denke, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr vermesset mich jetzt einmal. Wir haben es vorher getestet. Ich habe ja schon einen Rollstuhl, ich habe schon eine gute Sitzkisse. Das wird jetzt optimiert. In 20, 30 Sekunden haben wir das fertig. Wir sehen bei mir die Schwachpunkte schon jetzt, innerhalb von Sekunden. Sensationell. Das war es aus dem Sanitätshaus Karschens. Da berichten wir weiter. Kommt vorbei, rufet an hier. Das Team ist wirklich immer offen. Hier ein ganz toller Showroom. Alles da. Jetzt auch Druckmessung. Ab sofort im Hause hier Sanitätshaus Karschens. Bis bald. Euer Ali und Willi. Der Simon. Ciao. Tschüss vom Guido. Macht's gut. Ciao.